Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt real ist oder ein Traum ist. Ich glaube, ich muss das auch erst verkraften und verarbeiten alles. Und die Chance, die Chance und das Tor! Nina Burger, die Rekorddorschütze! Burger, jawohl, 2-0! 3-0, wieder Nina Burger. Dann ist dann Schuss und jetzt auf die Lande und Nina Burger. Geil, toll! Jetzt Pilla mit dem Pass zu Burger. Herrlich, herrliche Aktion. Ganz ein Gefühl von Nina Burger. Liebe Nina, lang, lang ist her. Aber schon damals hast du große Qualitäten als Stürmerin bei uns in deiner ersten Mannschaft bewiesen. Du hast damals schon dein Talent, deine Stärken und deinen Ehrgeiz und deinen Willen, dich niemals unterkriegen zu lassen, gezeigt. Uns war bald klar, die Nina wird ihren Weg gehen und wir sind stolz auf dich. Für deine Zukunft wünschen wir dir nur das Beste und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder bei uns dauernd. Hey Nina, du bist ein unglaublicher Mensch und es wird jedem so in Erinnerung bleiben. Sportlich, muss ich sagen, bleibt mir immer ein besonderer Moment. Das ist vor allem dein erstes EM-Tor und generell das erste EM-Tor Österreichs in der ganzen Fußballgeschichte des Frauenfußballs. Und dass du da einfach als Legende und Idol ein Megavorbild für viele, viele weitere Fußballerinnen in Österreich bist. Hallo Nina, alles Gute für deine weitere Karriere. Ich bin schon gespannt, was da noch rauskommt und wie es jetzt weitergeht. Bleib dran und bleib wie du bist. Liebe Nina, ich bin sehr stolz auf dich und deine Leistungen. Ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit mit dir und wünsche dir viel Glück für deine Zukunft. Hallo Nina, egal was deine Pläne für die Zukunft sind, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und Erfolg dabei. Du bist ein cooler Typ, ein toller Mensch und ja, wir sind einfach alle extrem stolz auf dich. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, viel Spaß in deinem Leben. Du bist bei mir sowieso die Nummer 1 und der teuerste Fan bin ich sowieso seit Jahren bei dir immer dabei gewesen. Schöne Grüße aus Norlenkbach. Das waren sehr schöne Zeiten mit dir in Norlenkbach zum Spielen. Wir haben sehr viel erreicht und ich wünsche dir jetzt wirklich alles Gute. Du hast da in Deutschland bei SC Sand wirklich sehr viele Erfolge gefeiert und vor allem mit Nationalteam unglaublich weltklasse Leistung. Und ich wünsche dir trotzdem alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald. Schöne Grüße aus Norlenkbach. Hallo, Dante Nina. In den Geschichtsbüchern hast du dich ja schon lange verewigt und wir haben uns mit dir über die bisherigen Erfolge gefreut. Und wir wünschen dir alles Gute in Zukunft und weiterhin viel Spaß am Sport. Liebe Nina, wir wünschen dir alles Gute. Fußballablauf. Feiersinger. Spielt. Die Chance. Die Chance. Und das Tor. 1 zu 0 für Österreich. Nina Borger, die Rekordtorschütze, von der die Schweiz so viel Respekt gehabt hat, bringt Österreich in Führung. Spielt. 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 Spielt.